Hey Leute, Willkommen zurück zu einer weiteren Folge, Ladies Beaks. Wir haben hier 5000 Manus. Guck mal, der hat ne Doppelpistole direkt. Welchen Namen Manu spiele ich? Der hat der Ice Gun. Oh, ich nehm GLPs Haustier. Den blauen. Oh, dann muss ich auch noch irgendwann spielen. Die normalen. Was ist denn das Manu Haustier? Da! Hast du den Sound? Alter, der hat deine Yu-Gi-Oh-Sounds. Hat er? Ja. Das kommt ein bisschen Kumpel. Als ob. Du warst nicht dabei, du hast nichts gedrückt. Also, oh. Wir kriegen's schon hin, Leute. Ja. Der hat seinen eigenen Sound geholt. Geht natürlich auch. Oh, ne Schutgrund. Und hier haben wir halt direkt ne Eiswaffe. Wir wollen aber nur noch gewinnen. Am letzten Mal haben wir den End-Boss gesehen. Ja. Oh, alle Coins. Und? Ja, der war cool. Ich bin instant gestorben. Aber diesmal bin ich vorbereitet. Oh, wir tauschen die Waffen, danke. Alter, was das? Was haben wir für hohe Feuerraten? Die Eisgarn ist ja bei dir ultra gut. Krass. Oh, äh, äh, Mann. Wo ist das? Ja. Oh ja, das nehme ich auch. Ich nehme einfach alles, ja? Ja. Na gut, dass alle mal bis 3 bis 4 Leben haben. Oh, fertig. Oh, Run-Speed. 30% weniger. Geil. Ja. Geld. Ja, ich wollte erst warten, bis das Gift weg ist. Ah, die Range ist ja größer. Oh, ja. Ulda. Alter, ist das groß. Hätt ich mein Gesicht einfach weggesprengt. Geil noch einen aufheben. Da. Oh, ja. Ach, so viel Geld? Ich kann nicht schon Geld aufheben. Ich seh noch nen Fettin, ey. Hast du den Schlüssel? Ja, du hast nen Schlüssel. Ah, ja. Zeit zum Shoppen. Ah, ist ja kein Shop, aber egal. Ah, ah. Du fetter Gear-Lappen. Okay. Warte, das ist mein mehr HP. Liegt hier. Nimm. Ah, ah. Ah. Oh, 6 HP. Das hätten wir im letzten Run gebraucht. Das hat aber alles geändert schon. Ja. Weißt du, wir hatten irgendwie 5 Ebenen weiter und wir hatten irgendwie 3 Leben. Insgesamt. Oder 4. Also, irgendeiner der Chars hat 100%ig hochgedrehte Coins. Als Drop Rate. Sonst hätte ich nicht schon 16 Münzen im ersten Shop. Kann sein. Boah, hab ich viel abgegeben. Die Shotgun hab ich schon. Mit dem Purple Blaster. Äh. Ein HP, nimm du mal das 1HP Ding. Ja. 20% mehr Damage. Ne, dann Artefakte. Ne, dann Artefakte. Ja, nimm. Okay. Du kannst nichts lassen, ne? Ne, ne. Oh. Oh. Ah, ah. Du bist wieder ein Purple Blaster, meine Lieblingswaffe. Ich bin kein Fan vom Clown. Ich bin absolut kein Fan vom Clown. Das sind so viel vom Spiel weg. Was, Clown? Ja. Ach, die Waffe Clown, ja. 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 Ja, jetzt nimm du alle Münzen. Du brauchst keine mehr? Ne. Okay. Warte, ich hab doch, ich glaub ich hab doch gerade, äh, was Negatives. Da hab ich drei ganz links. Hab ich nicht? Ne. Drei Karten? Kannst doch deine... Ne, die Eiswaffe ist ja eigentlich gut. Die erste Mal ja eben. Ja. Okay, also. Wenn wir jetzt nicht gewinnen, dann haben wir es einfach verdient, das Spiel nicht zu schaffen. Oh. Ja. Das ist ein Herz für dich. Oh, Herzen? Ja. Eier stimmt wegen dem Bonus. Ja, das ist eine Münze für dich. 12 Münzen. Weder habe ich eine Rakete, wir haben aber pew 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 pew. Oh. Ja, wir brauchen beide einen. Soll ich ja beide... Alle geben dir diesen Scheiß und Sterflichkeit Teddybär, weil du die ganze Zeit aufs Maul bekommst. Ne. Die mögen mich. Die mögen nur den Teddybär. Ja. Deine Firewaves. Alter. One face? Nein. Fast first try. Fast first try. Fast first try. Ja. Die Münze ist in mich reingeflogen. Ability to put the... Mehr P. Alter. Unkalt. Oh ja, wenn ich Schaden bekommen kann ich schießen. Geil. Okay. Unbesiegbar. Ja, ich habe einen längeren cooldown als du auf jeden Fall. Ja. Uh. Platz noch, Platz noch. Kann ich mal prassen? Du hast eine Münze? Ja. Da ist noch eine Münze? Also wer auch immer das zertont hat ey, ich würde dich gerne heiraten auf den Typen. Ah. Bleah. Wie Fliege. Ja. Haha. Wir sind einfach schon so, als wären wir irgendwie im 5. Run. So, als hätten wir schon 10 mal durchgespielt. Ich weiß ja eh, keine Pik. Oh. Ich weiß nicht, was ich nicht abpicken. Was kannst du nicht aufheben? Ich glaube Keys, oder? Ja. Ja. Ah, ich habe hier einen. Ja. Ich will auch keine aufheben. Oh, das ist der Shop. Und, stopp. Aber ich habe ein bisschen wenig Geld. Na, ich hoffe eh gleich nochmal 5 Münzen. Ne. Ich habe auch hier. Ey, diese geile Range. Ich hoffe da war echt nichts. Schade. Happy time. Aber ich kann das abgeben. Stopp. Ui. Ein HP? Oder ein Artefakt? Oh. Artefakt. Und ein Artefakt? Äh, nein. Hm. Würde ich nehmen. Nimm ruhig. Ja. Äh, dann gebe ich meins noch ab. Du kannst jetzt entweder erst die Golden Gun kaufen, oder wir gucken, ob da nochmal Geld ist. Oh. Dann nimm ich. Dann nimm ich. Ja, nimm. Äh, wie viel habe ich denn? Achso, ich kann ja hier kaufen. Ich habe sogar einen Rabatt irgendwie. Stimmt. Razer Gun. Wie mal. Habe ich auch Rabatt? Dann? Du kannst jetzt Linke dir aber leisten. Golden Gun. Was ist da Golden Gun? 6-1. Warum 6 Schaden? Dann macht die 6 Schaden, die Golden Gun? Keine Ahnung. Ja, aber was soll denn das zweite bedeuten? Nimm auf jeden Fall meine... Ach, 6 Schüsse, 1 Schaden. An den Bullets ein. Was? Ja, deswegen verstehe ich es nicht. Egal, ich warte dann. Warte, warte, warte. Die Waffe ist echt zu gut. Okay. Ich habe 8 HP, by the way. Ich bekam gerade nochmal so ein Plus-2-Max HP dazu. Geil. Alter, ich gehe es gleich legen. Ja. Ja, ich dachte, das wäre eine Gegner. Wo ist das da? Oh, ne. Da ist einer. Huffe. Na, komm. Oh, Geld. Hier. Ich kann dich nicht wiederbeleben im nächsten Shop. Und guck mal, was da rechts ist. Der akzeptiert keine Dinger. Bis zum nächsten Gebiet. Wir waren doch schon im Shop. Ach so. Oh. Ich brauche noch irgendwas, was 0,2 wert ist. Ein Fluch wäre cool. Ja, das kriegst du bestimmt noch. Alter. Ich verstehe nicht, wo ich bin, weil so viel über den Bildschirm fliegt. Hilfe. Oh, Geld. Das ist ein Artifakt auf jeden Fall. So, was bist du? Oh, Magd... Oh nein. Wenn du Schaden bekommst, geht der maximale Leben direkt mit runter. Schön. Oh. Oh, meine Leute. Jetzt meine Gegner. Warum tanze ich denn hier rum? Gut, dass ich das halt aufgehoben hab. Ich versuche aber bis zum nächsten Shop irgendwie mich ein bisschen zurückzuhalten. Oh. Ja, das ist dein Herz wieder, ja. Geht zum Boss. 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 Ja, dein Bau. Ich hab gespart. Alter, der Ding. Oh, was ist das denn? Einfach unsterblich machen und ran stellen. Ja, das habe ich. Und Gott. Oh nein. Was macht der denn sowas? Ja, kann er. Toll. Oh. Vom Damager geht's, ne. So viel sind wir gerade. Oh. Nicht. Wenn beide nicht so die Damage machen. Jetzt. Ah. Stärblich. Damage. Ah. Du hast trotzdem noch Schaden bekommen. Ja, ich hab zu spät aktiviert. Ah. Alter Junge. Du hast so viel Leben. Besonders ich hab mitgenommen, dass ich dich nicht wiederbeleben darf, ne. Oh. Ja. Ich weiß. Warum nimmst du sowas? Warum hab ich das denn nicht aufgehoben? Ja, weil du 6 HP hast. Ich hab nicht erwartet, dass du dich dreimal treffen lässt. Du hast 8. Warum ist der so schlimm? Alter, was war das denn? Ja, warum hast du den nicht klappen lassen? Was bist du denn für einer? Ja, die 2 HP hab ich eh nicht gebraucht. Na klar. Oh. Warum haben wir das denn? Wie laut das feiert. Alter. Das ist echt cool. Das ist schneller schießen. Ja. Teleporter. Ja, 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 ja. Vielleicht der Gelb. Ja, ja. Das ist ein Schub. Oh, ein Schub. Ach, das... Ah, meine ist einfach nur ne pure AdClear Waffe. Weil die halt durch alles durchgeht. Für nen Endboss sind so auch praktisch. Frag mich jetzt, ob es so unterschiedliche Endbosse gibt, wenn... Äh... Ich weiß nicht. Ich auch nicht. So, jetzt kann ich auf jeden Fall... Wie viele Cursed-Items hab ich? Sechs. Da bin ich. Ja, darf leider nicht. Boah, Alter. Eine Münze, wenn ich Schaden kriege. Wenn ich Schaden kriege, kriegen alle Gegner Schaden. Eine Münze, wenn ich eine neue Ebene betrete. Längere Secret Door. Mehr Schaden, aber dafür 1 HP weniger. Nee. Echt? Und... Weniger Feinde in gesperrten Räumen. Ja, du nimm. Na gut. Okay. Einkaufen kann ich noch nicht, aber... Im nächsten kann ich einkaufen. Und dann rette ich Manuel auch. Ja, ich rette mich bitte. Boah, wie schnell die alle totfahren. Hä? Schon wieder so stark. Nice. Ne. Gut, möchte ich ein bisschen. Bin ich doch heute ein bisschen gierig. Ruuuutaaa. So lange ich die Haie 1 hätte, bin ich glücklich. Oh, ja. Daran erkennt man gut, dass deine Waffe echt krass ist. Oh, dann tapp. Kann ich holen, Manu. Ja. Ja, mach mal. Oh, ich hab kein Geld. Ja. Hallo. Ja. Kannst du dir für 10 eine Random Buffer holen? Für 12 meinst du? Achso, ja. Oh, mir fehlt eine Münze, Mann. Achso, nicht. Ach. Alter, ist das... Das ist der Big Purple Blaster. Ist er das? Sieht ein bisschen klein aus. Ja. Ich glaub das... Schauen wir mal ob zwei oder drei Schlüsse rauskommen. Ah. Ja. Alter, so ne hohe Feuerrate. Ist mit dir falsch. Ah. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich will einfach leben. Bitte. Okay. Dann ist wieder alles hundertmal so verwirrt geworden. Ja. Mach ich gerne. Was? What? Kannst du nicht? Nimm mich, oder? Ja. Das ist ja gerade noch nicht. Oh. So. Oh. Das ist cool. Warte, ich lass mein Sägeblatt ab rein. Hä, sag doch was. Nein, wir dürfen... Es sind so wenig Schüsse wie möglich. Warum hast du geschossen? Achso. Ja, aber warum haben wir das denn dann beim letzten Mal... als wir das getimt haben so geschafft, dass wir mehr als einen bekommen? Haben wir? Erinnerst du dich dran? Beim zweiten Mal oder so hab ich gesagt, einer links, einer rechts. Und dann haben wir beide geschossen. Und es kam irgendwie mehr als einer raus. Vielleicht weil wir zwei gleichzeitig getroffen haben. Weil es dann noch als einen Schuss zählte. Ja. Ja, aber es kann echt sein, ja. Oh. Ich dachte es geht auch um Geschwindigkeit. Achso. Ah. Oh ne. Jetzt tötest du die auch instant. Ja. Ja. Also an Stärke fehlt es uns gerade nicht. Diesen dummen Flügel hätte ich gerne noch für eine hohere Feierrate. Ja, gib mir das. Okay. Ja, du hast denen noch gerade keine Coins. Ja. Oh. Und es besteht ja die Chance, dass ich welche verliere. Also nimm auch die Kiel mit. Oh shit. Er ist tot. Wer ist er? Ja. Alter. Der Sniper. Ah. Da. Hier geh rein. Ja, ja. Ich habe gerade nur das Zeug. Ja, das musst du nehmen. Ja. Genau. Genau 0,6 sogar. Ja. Perfekt. Kiesem öffne dich. Oh. Hä? Ja mach. Ja mach. Ja mach. Ui. Was ist das? Oh nehm. Ich hab schon fast gesammelt. Mach nochmal. Nee. Ich hab lieber einen Schlüsselraum mehr. Okay. Ach du Scheiße. Warum Scheiße? Meine Schlüssel fliegen durch die durch. Alles durch. Ja, ja. Aber... Wie sieht das gefällig aus? Oh. Ui. Aua. Ich hab noch Schaden bekommen von ihm. Du bist droppt echt wenig Heilung. Oh, wir können unsere Waffe switchen. 0,5 war das wohl. Nee. So keine Lust drauf. Ja, ja. Was? Oh. Ich hab auch nur gesehen. Hä? Eiswaffe. Muss nicht. Azur. Bullets. 3, 2, 1, 0,5. Ah, ob das ein guter Tausch war? Wirklich nicht so. Wir brauchen... Ja, du wirst mir jetzt DPS, aber egal. Okay. Oh. Bin ja eh tot jetzt bei dem nächsten Gegner. Das kann sein. Ja. Komm, beiß doch endlich. Hallo. Ich bin tot. Das ist nicht wahr. Ja, ich bin da drunter und eigentlich dürfte er mich da gar nicht treffen. Oh. Man sieht's ja sogar. Oh, Gesundheit. Oh Mann. Alles wird One-Shot mit der Waffe. Ich weiß nicht warum. Oh. Ja, weil der erste Schuss doch 5 Damage macht, oder? Wieso erste? Es ist immer ein Schuss, der rauskommt. Ach so. Hä, dann verstehe ich aber die Anzeige nicht, die da stand. Die zack doch auf Bullet 1. Ich weiß nicht wann oder wie fern die Waffe sich beeinflussbar ist. Auf jeden Fall One-Shot ich hier alles. Vielleicht so nachfolgende Treffer oder sowas. Weißt du, umso häufiger ich kräfe nacheinander, umso mehr Damage wird die machen, oder so. Hey, laut der Anzeige war es doch weniger, oder nicht? Ich stelle einfach 3, 2, 1, 0,5. Ach so. Oh, hey. Hallo. Hallo Muck. Ich bringe deine Unsterblichkeit. Ja, das ist jetzt halt mega dumm, ne, bei dem. Hä. 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 Camper. Oh ja. Was ein Opfer. Ich stelle dir vor, wir wären zu zweit gewesen. Ach guck mal, die Waffe wird immer kleiner, umso weiter sie fliegt. Also umso länger dran, ich bin umso mehr Schaden. Ah. Ach so. Äh. Plus 10. Okay. Ja, mehr Gift. Und die Feder will ich nicht. So cool. Die geht's wieder gut. Ich hab die beste Waffe schon im Spiel, Alter. Ja, vielleicht finden wir die Kreditkarte. Dann switchen wir und ich kauf mir die auch. Kann ja sein, dass das noch eine Secret Room Only Waffe ist oder sowas. Gibt's bestimmt auch. Ja. Kann man auch sagen. Ich glaub, die wird stärker umso weiter die weg ist. Hm. Ja, alles bestimmt. Ich bin doppelt so schnell. Ja, Reichweite ist mir egal. So, keinem Raum. Okay. Also ist die Secret Room. Oder Schlüsselraum. Ich weiß, was ich sagen wollte. Es wirkt so, als würde größere Range stärker sein. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Nee. Nee. Er hat jetzt drei Schüsse ausgehalten. Macht ja auch an sich keinen Sinn. Es wird ja immer kleiner und kleiner. Oh ja, zwei Münzen, Mann. Was eine epische Kiste. Richtig krass. Aber hey, jetzt hast du ja mal einen 50. Herzen explodieren, ja. Toll. Ich weiß jetzt nicht, ob der Raum einfacher war als normaler Raum. Nee. Also diese, diese dumme Ungenauigkeit. Stopp. Stopp. Ja. Stopp. Oh. Kabumm. Was war, was war denn das? Oh. Ich will dich kostenlos bitte wieder überleben. Ja. Oder was ist das denn für komische Waffen? Hä? Was? Was bist du? Okay. Mehr, mehr AP? Mehr Loot? Und Loot von... Oh, ich hätte vielleicht mehr AP nachdem. Andersrum. Willst du? Ja, klar. Willst du leben? Ach, du hast sogar... Okay, du hast doch... Okay, dann bist du genehmigt. Oh, was ist denn das? Was für Scheiß-Items? Alter! Du hast nämlich... Äh, nee, nimmst du, genau. Weil wenn ich sterbe, kriegst du wenigstens die ganzen Münzen. Oder einen Teil davon. Mann! Ey. Ach. Ich will wissen, was das da ist. Ja. Zwei Schaden, eine Nachkampfwaffe halt. Aber ich hab halt so ne... Ja, ich hab halt so ne starke Waffe. Ist eigentlich dumm. Switch nicht. Wir wissen gerade, dass du echt ne mega starke Waffe hast. Ja, und du auch. Oh. Ja, eben. Ah, ja. Erstmal den... Genau. Ah, genau. Nutz deine Umsterflichkeit, falls mal irgendwas zu nahe kommt. Okay. Erstmal Münze. Ich hab Angst vor Münzen. Die tun mir nicht gut. Okay, natürlich. Jetzt den Gegner da. Jetzt liegen ja zwei. Hol sie doch! Ja, ich hab Angst. Jetzt nämlich. Oh. Keine Waffen im Shop. Ne, ne. Wir haben so viel Leben, wir brauchen echt nur noch jetzt. This is all you collected. Alter! Wenn ich keine Münzen einsammle. Ja, ja, ne, wir haben... Ne, ne. Okay. Ich versuch... Wir hoffen einfach auf diese Karte, dass wir hier tauschen können. Ja. Oh. Ja, beim letzten Mal hatten wir die zwei, drei Mal. Okay, nicht die Wand aufgießen. Wir haben hier ultra die Deckung. Ja. Ja. Nimm du's jetzt. Okay. Da ist ein Raum. So. Gehen wir hier runter. Äh, du kannst nicht hier rein, oder? Kannst du hier jetzt schon rein? Das hab ich mich schon immer gefragt. Ne. Okay. So, keine Abilities aufheben. Achtung, ich trigger die Steine. Ja. Geh auch durch. Regale Steine. Okay. Was ist das? Ne. Herzen brauchen wir gerade sehr dringend. Ja. Äh, wir hatten Schlüssel eigentlich. Sieben Stück, aber egal. Sieben? Ich weiß nicht, weil ich so viele bekommen hab. Ach so, weil immer die Chance besteht, glaub ich, dass du einen bekommst, wenn du einen Raum betrittst. Das ist der... Ja, kann sein. Rätte ich viele coole Items. Hier ist ne Münze oben rechts. Ja, hier auch. Uh. Oben rechts. Da. Lasergun. Attacke. Haben wir jetzt hier einen Schlüsselraum? Nö. Ne. Toll. Dann weiter. Oh. Ich hätt so gern Herzen zu machen. Ja, ne? Wir haben aber minus 50%ig mal mitgenommen und das tropft nichts. Hätten wir mal mitgenommen. Hätten wir mal mitgenommen. Da haben wir dran. Verdammt. Ui. Da ist ne einer. Zwei. Oh. Äh. Hm. Wie viel ist das wert? 0,5. Ist das okay für dich? Ja, mach ruhig. Okay. Dann seh ich die Waffe zumindest mal. Du hast ne höhere Feierrate mit der starken Waffe. Ja. Und das Item nehmen wir nicht. Oder? Doch, doch. Echt? Genau eins nochmal für noch ein Item mehr im Shop. Oh. Ja, aber das Item ist echt böse. Ach, wir sind auf nem Steinshop. Ja, ja. Nerz. Nimm du. Oh. Cool. Ja, Nerz. Nimm du. Ja, Nerz. Nimm du. Oh, schade. Oh. Der Boss, der, also wenn der Boss kommt, der steht eh still. Das Projektilgeschwindigkeit ist gerade egal. Alter, so meine Schüsse langsam. Kann ich mal sterben da? Ha, ha, ha. Und Sterblichkeit und Rand? Okay. Ah ja, die hab ich ja auch noch. Oh, er hat noch nen Herz. Ah, wir sind voll. Oh, wir nicht. Stimmt. Wirst du Schaden bekommen? Hast du schon Schaden bekommen? Äh, ne. Nein. Einmal wahrscheinlich 2, ne? Ne, ich hab gelungen Zeug. Ne, ne. Das will ich aber auch nicht mitnehmen. Ist mir zu gefährlich. Bitte noch einen Job. Bitte, bitte, bitte. Besonders wenn wir keine Herzen aufheben können. Das ist ja mega ätzend. Oh Gott. Gibt bitter. Aufpassen. Nicht gefährlich. Ist gar nicht was gemeint. Das gilt. So. Ja, sollst du da weitergehen? Weitergehen noch, ne? Geht's noch weitergehen? Und take a drop? Ne, lass mich nehmen. Okay. Jetzt hab ich auch einen. Ne, ich will einen Shop. Ein Shop wär ultra geil halt noch. Okay. Ja, damit wir die Scheiße loswerden. Stimmt. Und wir kriegen ja jetzt keine 10 Schaden hier in dem Raum. Ich vertraue uns mal. Wenn, dann sollten aber auch wieder Herzen droppen. Aber das tun sie dann nicht mehr. Okay. Was ist das? Warte. Ja. Erzeugt die Spawn schneller. Ja, oder? Ja. Ey, warte, wie viel? 0,2. Ja, genau. 2. Ja, das reicht genau, dass ich auf 4 komme. Das ist das perfekte Item. Oh, nach links. Aber Unsterblichkeit kurz aktiviert. Was war das da? Du kannst Pick up Coins. Ja, kannst 2 nicht nehmen, ne? Ja. Meine 70 Coins reichen. Aua. 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 Ich wollte nur einen Geheimraum finden. Ah, klar. Es gibt keinen. Achtung tausend Steine. Ich gehe einfach weiter. Ja. Oh Gott. Ja. Einfach eine Sterblichkeit anmachen, falls so ein Fieber kommt. Ich gehe mal kurz los. Das ist gesunder, du kannst ja mal Damage abholen. Ne. Was ist das für ein Raum? Hölle. Okay. Einfach immer weiter, immer weiter. Das kann ich einfach mitnehmen. Minus 3 Coins. Ich will ja nichts mehr kaufen. Ja, okay mach. Ja. Und der Schlüssel ist gedroppt. Alter. Was ist wo? Ja, aus dem Item, was ich auch gehoben habe. Achso, bei dir. Deine Waffe hat den so schnell weggedrückt, dass ich gar nicht den töten konnte. Alter, wir sind so stark. Ja. Wir sind einfach noch voll. Oh Gott. Ja, davor habe ich am meisten gesagt, dass wieder alle unsere Herzen gleich verloren gehen. Wegen irgendwas. Nee. Auf jeden Fall auf einfach droppen die ihr Herzen. Alter. Warte, ich gehe mal rein. Stimmt, ich droppe ja sogar Coins, wenn ich Damage brauche. Warte, warte, warte. Ich kann es eh nicht auf dem. Okay, Boss Time. Oh. Wir gehen rein. Oh. Wir können es am Anfang theoretisch kurz schon sterblich machen und rein stellen. Ah. Aber erst wenn er ganz da ist. Jetzt. Ja. Jetzt weg. Weg jetzt. Das ist auch nicht an. Nice. Uh. Alter, wir haben den Hasso. Das ist auch. Aua. Warum läufst du da rein? Ja, weil er ein Arsch war. Kommst du in Zeitlupe hinter dir? Ah. Drauf. Warum bist du da jetzt reingelaufen? Weil ich auf dich geschaut habe. Natürlich. Hallo? Okay. Hallo? Äh. Mehr Max-AP? Okay. Eiscupe alle Gegner einfrieren? Warte, warte. Das nehme ich. Ne? Mit dem Revive. Ja. Achso. Ich kann nicht wiederbelebt werden im nächsten Shop. Okay. Na schön. Boah, wir kriegen so viele Items im Shop. Ja. Ja. Oh, da ist er. Okay. Und jetzt sterben wir noch. Okay. Komm. Okay. Das ist dein Brüller. Kämpf mich ganz vorsichtig durch. Du hast gesagt, du hast echt 10 Herzen. Was ist falsch? Ja, ja. Ja, weil ich dieses S3 tu ja Max-AP-Hege aufgehoben hab. Ach, Geld. Jetzt. Shoptime! Ja. Aber wir lassen nicht erst, weil ich bekomm hier nicht Alten. Oh, mein ganzes Geld ist übrigens weg fürs daneben schießen. Haha. Meine 70 Münzen. Eine große Pro. Äh. Das nimmst du aus. Du hast die hohe Feierrate. Alter. Soll ich mir jetzt irgendwas kaufen? Ist das besser hier? Zigzag-Bulle. Schießt 3 Kugeln mit 1 Schaden. Schießt eine Kugel mit 5 Schaden. Der Kompressor. 5 Schaden. Der wirkt echt stark, der Kompressor. Der wirkt stärker als das, was wir haben, ne? Ja. Distance steht halt nichts dabei. Kann sein, dass es eine Nah-Nah-Kampf-Waffe ist. Ach, Yolo. Okay. Wenn wir nichts ausprobieren, dann sehen wir nichts. Ja. Okay. Oh. Ich hab meine Curses nicht abgegeben, ich bin dumm. Oh, ja. Das ist kein... Ey, wenn wir swappen können, dann lass swappen, bitte. Das ist eine ganz gefährliche Waffe für mich. Ach so, ja. Ich hab meine Bücher nicht abgegeben, ne? Wir müssen eh nochmal zu einem Shop. Ernsthaft? Ja, ich war ultra-dumm. Ey, das ist die gefährlichste Waffe, die ich je hatte. Was ist das oben links? Ne. Wollen wir nicht. Ja. Hallo? Ach so, nochmal. Hier, einmal öffnen, einmal rein. Ah, ja. Werdermachen. Warte, warte, warte. Ach so. Ja, du hast vielleicht... Ja, vielleicht weil du vorher einmal geschossen hast. Seht ihr auch als Schuss. Ah. Das wär funny. Ja, wir haben einfach noch einen Shop, dass ich mein Zeug noch abgeben kann. Sonst bin ich echt... Guck dir das an. Das hat ein Mega-Edson für mich. Ja, für mich auch. Meine Schüsse haben Zeitlufe. Alter! Was ist das? Ich will das nicht. Das ist halt mega stark, aber auch mega gefährlich. 30% weniger Damage. Nimm ich? Du hast schon viele... Oh, ich lass mich liegen. Der ist kacke. Der ist viel zu negativ. Okay. Okay, nein. Zum... Oha. Das ist alles outranging. Du schubst aber alles weg. Naja. Du killst ja gar nichts. Ich hab jetzt die ganzen Kills. Alter. Alter! Jetzt weiß ich was du meinst. Das ist ein Krusel. Hör auf zu denen zu gehen! Die machen 3 Schaden! Ja, ich... Aber ich muss doch hingehen. Guck dir mal ne Waffe an. Ich brauch echt Herz und Zock, ey. Ja. Ja. Du wirst grad einmal getroffen. Oh. Ja. Halt die aber von den Zünglern fern. Und... Unsterblichkeit. Hier ist ner Herz. Oh. Oh Gott! Ich schubs ihn zu dir. Hä? Ich kann ihn halt echt nicht reinschubsen. Ah! Alter! Was? Die sind ja... Einfach nur krank. Hä? Aber hast du irgendwas, dass die... schneller werden die Zungen? Weil das war vorher nicht so. Ne. Das war schon immer so gruselig. Und jetzt... Alter, was macht die denn? Oh, die haben ne nette Fähigkeit. Boah. Haben sie leider nur nicht zum Einsatz mit. Oh. Bei Mr. Manu Mega Blaster. Ja! Mega Blaster! Lass nur die Türen! Hä? Oh! Oh Gott! Ich hab einfach nur Angst. Ne. Until next level, Varro. Ja nimm du noch. Ich hab... Das bringt 0,3. Wir sind eh beim Boss. Okay. Ich muss jetzt mit 6 negativen Effekten beim Boss kämpfen. Selber schuld. Ah! Ich hab alles abgeben können, ist ja so easy. Ja. Oh, kleiner Teddybär. Und unser Rabenkumpel, hallo. Oh, guck mal hier. Nein, wirf's nicht zu ihm. Ach man. Ah! So. So. Los Edgar, iss! Diesmal renne ich einfach. Oh! Oh! Das war so knapp. Ja, ich hab einfach meine Unsterblichkeit da schon einsetzen müssen. Ich nicht. Ich bin cool. Jetzt friss doch! Alter! Wie bist du denn ausgewichen beim letzten Mal? Der Edgar! Jetzt hast du gerade Hunger. Oh, Unsterblichkeit. Warum? Ihr macht doch nichts. Egal, ich hatte Angst. Okay. Edgar, gehst du nicht. Ja. Hab sie halt umgebracht. Okay. Ich geh zu dir. Ah! Uh! 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 Wie einfach ist denn das zu zweit? Ich bin aber weg. Ich fette sich ja mega auf. Nicht, wenn wir aufeinander stehen. Das stimmt. Edgar drüber? Nein, Edgar kotzt noch. Nee, 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 jetzt guck. Uh! Sie kennt schon. Im Prinzip. Ha! Aua! Ja, geil. Die Eds hat mich getroffen. Nice. Der wär jetzt tot. Nein, wär nicht. Schade, nee. Einmal müssen wir noch überleben. Wir haben beide noch Unsterblichkeit für Notfälle. Ja. Falls da mal zu nah kommt. Und nach dem... Nach dem Kotzen geht er an den Stein. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt. Nach dem Kotzen. Nein! Oh Gott! What? What way? Stirb! Alter, ich dachte schon. Nein, er heult. Nein! Oh. Wären wir nur gestorben. Ah, Edgar lebt! Nee, Edgar ist tot. Nee! Edgar! Wir haben ihn gereinigt. Oh! Little friend. Errungenschaft. Oh ja. Warum darf ich nicht schießen? Hallo? Jetzt finden wir beide. Der ist böse. Hier und weiter? Hallo? Nein, nicht Ende. Du musst dein Item so abgeben. Es war so traurig, das Ende. Das kleine Schweinchen gut wieder. Ab-lava. 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 Thomas Puttanas. Thomas Puttanas. Was ist das für ein Name? Ein cooler. Ja, Puttanas. Okay, ja, wir haben es durchgespielt. Das sind die ganzen Ersteller. Ja. Ja, das war der letzte Part. Schade. Schade. Wir können ja in der Menu es nicht mehr zeigen. Doch, doch. Oh, danke. Danke. Danke für die Familie. Danke für die Spiel. Game Maker Studio 2. Danke für die Spiel. Bitte schön. Wer sollte jetzt einen neuen Charakter freigespielt haben? 400 Kills. 160 Kills. Du bist der Hero. Und das kleine Schweinchen wird umarmt. Alter. Ja. Ja, wir haben es geschafft. Alter. Rift Boss. Cool. Das ist die Frage, ob es zwei... Was... Ne, Moment mal. Hä? Was denn? Den Charakter schaltet man frei, indem man einmal looped. Loop once. Heißt, dass der Run nochmal von vorne startet. Gibt's verschiedene Endings? Scheinbar. Hä? Was hätten wir denn machen können? Gleich hinter dem Rabentyp ins Portal laufen, anstatt auf die schwarze... Ah, ja, ja, ja. Genau, Erz. Jaja, genau. Mist. Alter, der ist so ekelhaft, ne? So eine Kartoffel mit einer Maske. Vielleicht spiele ich beim nächsten Mal mit Maudado. Hallo. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Ender Gang. Der Sound, wenn man Maudado auswählt. Hast du gehört? Halt. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Ender Gang. Hallo? Hör einfach nur die Sounds an. Ich hasse das Spiel. Ich hasse das Spiel. Hahahaha. Hahahaha. Ja, und nächstes Mal spielen wir mit Maudado. Oh Mann. Ich habe wirklich Spaß beim Zusehen. Wir spielen ab nächstem Mal wieder auf, äh, normal. Genau. Weniger Herzen am Ende. Aber die haben wir ja nicht mal gebraucht. Außer Manu vielleicht, der irgendwie noch zehnmal getroffen wurde beim Boss auf einmal. Nein, nur zweimal. Hehehe. Na gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Euer Maino Mann.